so weiter geht es wir brauchen im bücher region holz hatte ich jetzt nur noch dieses bisschen was auf tasche haben dann noch ein bisschen was ok 39 das wären 10 zu 13 das ist noch zu wenig ok 93 regale quasi noch das heißt 12 bräuchte ich hier haben wir schon ich hoffe ich habe mich jetzt nicht vertan ich habe mich vertan wieso habe ich mich vertan so und aus dem anderen machen wir noch gut stöger so hier muss ich mir noch was überlegen über das sinnvoll verstecken lassen können eventuell die ganze ganze decke noch mal mit halbstufen verändern oder nicht ich weiß es noch nicht so hier das bleibt alles gut komisch dass hier nichts bohnt naja 13 regalen ist und ich habe die wild so wir bräuchten sonnen tja zauber muss sie wahrscheinlich an der werkbank und das entdeck zu können hallo hallo sauber tisch obsidian zwei diamanten und ein buch überhaupt obsidian irgendwo ich wüsste gerade nicht mal was habe alter wie sie es nicht für mich schon wieder so viel arsch mal schlafen gehen am besten ja gar nicht so wie sie sehen sind fast nichts und ich wüsste es doch unser altes lagersystem gucken alter ja so hallo kippmann die obsidian zwei diamanten und im buch haben wir leider nicht mehr aber generell könnte man mal trotzdem gucken ob wir sowas noch da hätten oder ob ich das jetzt oft genug besorgen muss ja wo suche ich nach obsidian hier in unseren kisten ok obsidian sehr gut haben wir das zumindest schon mal warum warum hat jetzt hier gebrannt na geil ich komme nicht mal mehr rein diese scheiß creeper ehrlich geht mir echt auf den kranz so so das kriege ich jetzt irgendwie nicht alles zu so ich sehe so spiel manchmal hasse so knopf so müssen das haus erstmal wieder dicht ich glaube fast der zaun war so oder und dann brauche ich jetzt wahrscheinlich für den rest noch einmal zeigt man ansonsten sehen sind der monate blöcke von gut muss ich dann mal beheben irgendwann steine kann man zum beispiel unten schon mal hinsetzen so sehen sind und immer sowas noch kann man die gleich noch mitnehmen ich habe gehofft ja noch irgendwo sehen sind oder so jeden fall weil da noch gemälder das sind wir uns eventuell merken aber auch vielleicht nur eventuell so ich gehe zum schlafzimmer hoch weil wir jetzt dieser banner da noch haben kumusch da kann ich durch marschieren die zwei von der seite müssen komisch aus und ich glaube ansonsten ist das ganz eu zum bräuchten ein paar bonner später oder sie das kacau ist vielleicht sollte ich die höher hängen könnte vielleicht ein bisschen besser aussehen oder brust da ein bisschen doof aus gut banner bräuchte der bergbank für hat es ist ein bisschen doof mann er hat euch dafür ein stock und der rest wolle easy peasy achte für küche okay dann sind wir mal ganz schön teuer aber richtig teuer gut wir brauchen wolle 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 so ein bluch noch der hafen die ich da gerade in der ferne noch sehe oder die anliegestelle wenn wir schon mal hier sind können wir noch gleich weil es eben nicht mehr viel passieren wird abholzen nur die ganze kacke ich hoffe ja dass ich zwischenzeitlich wieder ein bisschen lederholer dann kann man ein paar bücherregionen daraus herstellen eine sache die würde ich noch ganz schnell machen gleich erstmal alles aufholzen dass man ein persönliches bedürfnis was ich unbedingt lernen muss da komme ich nicht an kacke ich würde mich noch gern anderen setzen pflanzen wir müssten irgendwo schwarzeichen und normalerweise möchte ich sagen brauchen wir da keine vier sätze sondern einzelne müsste aufrechen wo habe ich den schwarzeichen setzen da haben wir das holz spricht irgendwie auch dafür dass wir irgendwo ein sitzding haben müssten schwarzeichen setzen ich nehme jetzt ein einzel mit und dann machen wir noch ein vier wo wird schon wieder dunkel ich gehe mal kurz vor ins bittchen ich glaube das werde ich hier auch nochmal abändern was wollte ich jetzt eigentlich machen ach ja die sitzdinger und dann ist die folge auch quasi schon wieder gelaufen ich war scharf ist 1 2 3 4 und das scheint noch was versteckt zu sein da oben da komme ich doch jetzt niemals an da muss wohl nochmal klein stein her so dann sind wir eigentlich vom holz her wieder bitte was ganz gut gewappnet na gut machen wir erstmal ein päuschenspitze über den gemisch bis denn continuing hm しかos sowas natürlich sagen sowas 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 das sowas 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 Vielen Dank.